Mehr Akzeptanz. Der Kreisverband Offenbach hat heute das Projekt OutOf, eine Beratungsstelle für homosexuelle Jugendliche, vorgestellt. Das vom Bundesprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken unterstützte Projekt soll präventiv gegen die oftmals unter Jugendlichen verbreitete Homophobie wirken. Ja, es ist eine wunderbare Initiative, tatsächlich aktiv etwas zu tun gegen Homophobie. Vor allen Dingen im schulischen Alltag, in den Vereinen, in den Kindertagesstätten ist es heute leider üblich, dass mit Ausdrücken wie Schwule Sau oder andere Diskriminierung ausgeübt wird. Da entsteht ein Klima, wo junge Menschen sich nicht orientieren können und schon gar nicht, wo sie sich äußern können, frei leben können. Und dagegen muss man ankämpfen und dazu braucht man Bündnispartner. Und deshalb ist die Initiative des Kreises Offenbach so wichtig. Die etwa 1,2 Millionen homosexuellen Jugendlichen in Deutschland sind auch hierzulande häufig Diskriminierung und Anfeindungen ausgesetzt. So sind lesbische und schwule Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren etwa deutlich stärker suizidgefährdet als heterosexuelle Gleichaltrige. Durch die Einrichtung einer Beratungsstelle für homosexuelle Jugendliche und ihre Eltern, durch Informations- und Aufklärungsveranstaltungen sowie durch die Aufnahme des Themas Homosexualität in den Lehrplan will das Projekt eine höhere Akzeptanz von Homosexuellen unter Jugendlichen erreichen.